Ja, frohe Weihnachten allerseits. Wir haben den zweiten Weihnachtstag und ich bin hier in Val Ems in einem kleinen aber feinen Parkhaus und die Challenge besteht heute darin, in diesem Parkhaus die verschiedenen Ebenen von oben nach unten abzufahren, aber das Ganze nicht vorwärts, sondern rückwärts. Ich würde mich da langsam rantasten, schauen wie es geht. Ich hatte es gestern schon mal versucht, aber naja, der eine Knieschoner ist jetzt kaputt. Aber gut, das gilt es jetzt nochmal zu verproben. Also erstmal geht es jetzt vorwärts runter, um zu sehen, wie sich das Ganze anfühlt und welche Geschwindigkeiten da so entstehen. Die Hohe Flasen gut das war jetzt vorwärts ja fühlt sich schon entsprechend schnell an aber ich glaube es macht Spaß das gleich mal rückwärts zu probieren um nicht in das selbe Problem wie jetzt einmal zu laufen werde ich jetzt erstmal eine Rampe nach der anderen versuchen und erst mal schauen dass ich es sicher auf eine Rampe hinbekomme so ich befinde mich auf dem obersten Parkdeck ich muss zwischen den Ebenen bremsen ansonsten würde die Geschwindigkeit zu hoch um die nächste Ebene sauber zu erwischen also ich lasse jetzt mal rollen und schaue wie ich da unten ankomme los geht's so 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 Jo, geschafft! Boah, schon ein bisschen Adrenalin, aber es hat mal wieder funktioniert! Wunderbar! Super, jetzt muss ich jetzt mal langsam machen! Und zum Schluss noch ein paar Übungen auf dem schönen, glatten Boden. Auf jeden Fall eine Location auf verschlechtes Wetter. Insgesamt war es eine schöne Session, in der ich meine Grenzen wieder einmal ein Stück weiter hinausschieben konnte. Ein Blechigeschirmes Das alles zu recyceln. Und alles hier bye. Ein Blechigeschirmes Membruch Exklar Amdicat Bis zum nächsten Mal.